Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TopLife, den Magazin zum Leben im neuen Jahr. Gleich die erste Ausgabe. Heute als Studiogast darf ich begrüßen Oliver Fichtberger. Schönen guten Tag, hallo. Du bist der Generalsekretär der Kirche des siebenten Tagsadventisten in Österreich und du bist auch für die Pressearbeit verantwortlich und du engagierst dich auch in einem Verein zur Wahrung der Religionsfreiheit. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung, um uns einen Einblick zu geben, was denn jetzt möglicherweise, vielleicht auch politisch oder sozial, im nächsten Jahr so alles auf uns zukommt. Das Jahr 2015 hat gerade erst begonnen, aber gibt es da irgendwelche Themen, die da jetzt gerade aktuell sind? Es war bereits im vergangenen Jahr, gegen Ende des Jahres, ein Thema, das neue Islamgesetz, das kommen wird, das natürlich einen nicht unbedeutenden Teil der österreichischen Bevölkerung betrifft, weil es gibt bereits mehr Moslems in Österreich als die ganzen evangelischen Christen zusammengezählt. Okay. Und ein weiteres Gesetz, das auch interessant ist, das auf uns zukommt, ist das sogenannte Vorpflanzungsmedizingesetz, was sehr viel mit der Art und Weise zu tun hat, wie man sich grundsätzlich dem Leben gegenüber stellt. Auch das haben wir mit großem Interesse beobachtet und als Kirche sogar eine Stellungnahme dazu abgegeben. Also du gibst auch Stellungnahmen ab, das ist ein Teil deiner Arbeit? Presse- und Kommunikationsarbeit hat immer damit zu tun, dass man aufmerksam auch das Geschehen in unserem Land, in unserer Gesellschaft beobachtet und dann auch als Kirche zeigt, wie man über manche Entwicklungen denkt. Ich denke, es ist wichtig, dass man nicht einfach nur so das Ganze an sich vorbeirauschen lässt, sondern auch sagt, das finden wir gut, das finden wir nicht so gut, irgendwo auch um eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, um auch zu sagen, diese Entwicklung unterstützen wir und in einem anderen Bereich, wo es für uns problematisch erscheint, auch mal zu sagen, Moment, lasst uns da bitte gemeinsam in die Tiefe denken. Ist das wirklich gut, was hier geschieht? In welche Richtung geht das? Tut uns das langfristig gut? Ist das etwas, was dem Leben dient? Ich stelle mir das jetzt vor, eine Stellungnahme abzugeben. Da muss man sich ja ordentlich informieren. Da braucht man auch andere Meinungen, vielleicht Fachwissen. Wie gehst du mit so einer Stellungnahme um? Also ich könnte das jetzt nicht einfach eine Stellungnahme abgeben. Ja, das ist gar nicht einfach. Und zwar, weil die Stellungnahmen manchmal mit dem politischen Geschehen zu tun haben oder meistens mit dem politischen Geschehen zu tun haben. Gerade in dem konkreten Fall, was das Islamgesetz angeht und auch das Fortpflanzungsmedizingesetz, beide Themen waren eigentlich sehr kurzfristig. Das bedeutet, dass man nicht sehr viel Zeit hat, sich in das Ganze hineinzudenken. Da muss man natürlich dann auch Fachleute heranziehen und sagen, wie siehst du das und wie schaut das aus von dem fachlichen Hintergrund her. Zum Beispiel beim Fortpflanzungsmedizingesetz hat es gerade einmal eine Begutachtungszeit von etwa drei Wochen gegeben. Das Thema kommt in die Medien, ist plötzlich da. Und dann ist das ja so, das wissen viele Österreicher nicht, dass im Grunde genommen jeder einzelne Österreicher zu jedem Gesetz, das ihm die Begutachtung kommt, eine Stellungnahme abgeben kann. Okay. Das heißt, der kann sich den Gesetzestext durchlesen, kann sagen, was er gut findet oder was er nicht gut findet. Aha. Im konkreten Fall, was das Fortpflanzungsmedizingesetz angeht, habe ich den Vorteil, dass ich einen Freund habe, der ein pensionierter Frauenarzt ist und mit diesen ganzen Änderungen und den Inhalten hier sehr vertraut ist. Den habe ich gefragt, ob er mir hier hilft, eine Stellungnahme zu erstellen. Darüber hinaus habe ich auch noch eine interessante Erfahrung gemacht, dass ich seit einiger Zeit in einem Verein mitarbeite, der sich Lebenskonferenz nennt. Das ist so ein Netzwerk aus verschiedenen Kirchen, aber auch Vereinen, Einzelpersonen, Medizinern, die sich für den Schutz des Lebens engagieren. Die sehen das Thema Abtreibung eher kritisch. Die sehen das Thema Alternasie mit großer Distanz. Und dort werden diese Themen auch ausführlich diskutiert und dort bekommt man auch sehr viel Hintergrundinformation her. Ohne ein solches Netzwerk ist es fast nicht möglich, innerhalb so kurzer Zeit etwas auch halbwegs Vernünftiges zu so einem großen, wichtigen Thema zu sagen. Und daher bin ich froh, dass ich da nicht auf mich allein gestellt bin, wenn es darum geht, eine solche Stellungnahme zu geben, die dann natürlich auch kircheninter noch mit unseren Überzeugungen zusammenpassen muss. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade irgendwie ins Rollen bringen. Das heißt, diese Personen helfen dir, vielleicht die Details besser zu verstehen und dann in einen, wie soll ich sagen, in einen Kontext zu bringen oder wie soll ich das verstehen? Weil der Arzt wird jetzt nicht sagen, das ist gut oder schlecht oder wir sind jetzt dafür oder dagegen oder sei doch dafür oder sei doch dagegen, weil jeden, egal wen ich frage, der hat eine andere Meinung. Da geht es eigentlich darum, dass man eine eigene Meinung abgibt. Wie kommt man dann zu dieser Meinung, wenn man jetzt diese Informationen hat? Diese Stellungnahme geht ja nicht nur in die Richtung, dass man sagt, man ist dagegen, sondern es geht eher darum, Details, Probleme im Detail anzusprechen. Da geht es auch nicht darum unbedingt, dass man das jetzt einfach verdammt, wenn einem etwas nicht gefällt, sondern dass man Fragen dazu stellt, dass man auf mögliche Konsequenzen von Entscheidungen hinweist, die im Zuge solch eines Gesetzes dann auch getroffen werden und was das für Folgen haben kann. Also es geht eher darum, in einen Diskussionsprozess einzusteigen mit so einer Stellungnahme. Man kann auch durchaus erwähnen, was man gut findet. Diese Stellungnahmen, die kann man alle dann lesen und manche findet man, die sind sehr positiv und manche findet man, die sind eben sehr kritisch. Es geht hier einfach darum, einen Beitrag zur Diskussion zu liefern. Ich finde hier jetzt ein kleines Spannungsfeld. Zum einen vertrittst du eine Kirche, zum anderen geht es um Fortpflanzung. Da hat es doch vielleicht ein bisschen Diskrepanz. Fortpflanzung und Kirche, ich weiß nicht, das passt irgendwie auf den ersten Blick nicht so auf ein Blatt Papier. Naja gut, das ist ein Thema, das uns alle betrifft, weil gäbe es Fortpflanzung nicht, wären wir nicht auf die Welt gekommen. Das Leben einer Kirche hat immer auch mit dem normalen Leben zu tun. Es geht ja nicht nur um geistliche Dinge. Und gerade als Kirche der siebenten Tags Adventisten ist uns der Schutz des Lebens, die Bewahrung aber auch der menschlichen Würde, einer der Grundwerte, den wir verteidigen, für den wir glauben, dass die Bibel auch steht und auch die Pflege und die Erhaltung der körperlichen Gesundheit, das ist uns sehr, sehr wichtig. Es gibt ja durchaus auch Kirchen, die ein sehr distanziertes Verhältnis zur Medizin, auch zu den Fortschritten der modernen Medizin haben. Das ist bei uns eher nicht der Fall. Wir stehen den Ergebnissen von der medizinischen Forschung sehr positiv gegenüber, wo es um den Erhalt der Gesundheit geht, auch die Wiederherstellung. Ich möchte da nur erwähnen, dass wir in Amerika zwei führende Universitäten haben, Luma Linda University zum Beispiel oder das Florida Hospital. Das sind zwei Einrichtungen, die weit über die Grenzen, die Landesgrenzen hinaus bekannt sind und ihren Beitrag auch zur medizinischen Forschung leisten. Trotzdem sehen wir die Änderungen, die jetzt gerade im Prozess sind, ein neues Gesetz zu werden, im Bereich der Fortpflanzungsmedizin, schon als sehr problematisch an. Ja, also ich habe das Gesetz oder den Entwurf des Gesetzes ja jetzt noch nicht gelesen, aber vielleicht kannst du einen Einblick geben, was wird denn hier jetzt als Gesetz vorgeschlagen und wo sind die Problematiken? Das, was gegenüber dem bisherigen Gesetz neu ist, ist, dass auch zwei in einer Lebensgemeinschaft lebende Frauen einen Anspruch haben auf künstliche Befruchtung. Das heißt, dass sie ja selbst keine Kinder bekommen können, weil dazu von der Natur immer noch ein Mann und eine Frau vorgesehen sind, sich sozusagen über eine Samenspende und das kommt jetzt auch neu dazu, überhaupt ganz neu dazu, dass auch für Paare, die keine Kinder bekommen können, aber auch lesbische Paare, die keine Kinder bekommen können, so etwas wie eine Eizellspende erlaubt wird. Das heißt, eine Mutter spendet ein Ei und ein Vater spendet einen Samen und aus den beiden können dann im Reagenzglas Embryonen gezeugt werden. Diese Embryonen müssen dann allerdings, das ist in Österreich anders als in anderen Ländern, entweder die Frau in einer heterosexuellen Partnerschaft oder eben eine der beiden Frauen in einer lesbischen Beziehung müssen dieses Kind austragen. Eine Leihmutterschaft ist nach wie vor verboten. Das ist sicherlich ein sehr positiver Aspekt des Gesetzes. Warum Leihmutterschaft problematisch ist, können wir vielleicht später noch ansprechen. Wenn ich jetzt mich da so hineindenke, also es ist dann so, wir haben ein lesbisches Pärchen, zwei Frauen und dann eine dritte Frau, von der das Ei kommt und einen Mann, der den Samen spendet und dann sind dann vier Elternteile. Richtig. Aber biologisch gibt es nur zwei Eltern. Okay. Sozial gibt es noch zwei andere Eltern. Das ist so wie bei einer Adoption auch. Wenn ein Kind adoptiert wird, hat es leibliche Eltern, aber die sozialen Eltern, so bezeichnet man das, sind dann die, in deren Obhut es aufwächst. Klingt jetzt schon recht komplex, muss ich sagen. Klingt schon recht komplex. Ist es auch. Und genau das setzt auch unser Kritikpunkt ein, dass wir sagen, gibt es tatsächlich so etwas wie einen Anspruch auf Kinder um jeden Preis? Umgekehrt, glaube ich, kann man schon sagen, ein Kind hat, soweit es irgendwie möglich ist, ein Anrecht auf seine Eltern. Die Frage ist, was ist hier höher gewichtet oder höherwertig? Das Recht, Kinder zu haben, oder wenn einmal Kinder da sind, dass man sie mit guten Eltern versorgt und möglichst mit ihren Eltern. Also das ist einmal eine Sache, wo wir es problematisch ansehen, aus der Sicht des Kindes beobachtet. Denn man muss sich das mal vorstellen. Ich kann zwar verstehen, wie schön es ist, Kinder zu haben. Ich habe selbst drei Kinder, ich bin glücklich verheiratet, habe aber auch Freunde, die zum Beispiel diese Freude nicht haben können, weil sie unfruchtbar sind und weiß, dass das keine einfach zu bewältigende Sache ist. Darum kann ich schon verstehen, dass man sich Kinder wünscht. Aber wenn jetzt ein Kind aufwächst unter solchen Bedienungen, wenn du sie gerade geschildert hast, dann ist das schon irgendwie schwierig. Es ist auch interessant, wo zwei Männer eine Beziehung haben. Die können natürlich immer noch nicht natürliche Kinder bekommen. Ja, das wird schwer. Ich habe mir das auch schon gedacht. Also wenn das Gesetz jetzt zwei lesbischen Damen ein Kind zusprechen, weil sie ein Recht haben auf ein Kind, was machen dann zwei homosexuelle Männer? Die haben dann auch das gleiche Recht auf ein Kind, aber das geht dann nicht. Es geht nicht, weil Leihmutterschaft nicht erlaubt ist in Österreich. Ah, okay. Da kommt dann die Leihmutterschaft ins Spiel. Richtig. Okay. Die müssten ein Kind adoptieren. Zwei Männer müssten ein Kind adoptieren. Und in der politischen Diskussion gibt es ja sogar manche, die sich dafür einsetzen, dass sie sagen, das ist eine Ungleichbehandlung von alleinstehenden Frauen, die vielleicht unfruchtbar sind. Das heißt nicht einfach mit einer Samenspende oder einfach indem sie sich halt auf natürlichem Weg ein Kind schenken lassen und dann sagen, ich will sie aber trotzdem alleine großziehen. Im politischen Diskurs ist da sogar eben die Meinung vertreten, man sollte auch alleinstehenden Frauen erlauben, dass sie künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen. Hat natürlich der Gesetzgeber so nicht vorgesehen. Sie sagen nein, denn dann würden wir von vornherein dem Kind den Vater vorenthalten. Ich glaube, es wird sogar nicht einmal Vater gesagt, sondern es wird gesagt, es wird ein Elternteil vorenthalten. Merkt man schon, warum wir das dann kritisch sehen. Eine alleinstehende Frau darf es nicht, weil in einer lesbischen Partnerschaft sind es ja zumindest zwei Frauen. Ja. Aber aus der Sicht des Kindes ist das trotzdem problematisch, weil wir wissen das von adoptierten Kindern, die in einer Familie groß werden, wo sie nicht wissen, dass sie adoptiert sind. Sie nennen den Mann dort Papa und die Mutter Mama. Dieses Gesetz sieht ja jetzt vor, dass die Kinder mit 14 Jahren, ab dem 14. Lebensjahr, ein Recht darauf haben, zu erfahren, wer die biologischen Eltern sind. Also frühestens in dem Alter muss ein Kind das erfahren. Wir haben vorher auch gesprochen über die diversen Möglichkeiten, die dieses Gesetz vorsieht. Da sind wir jetzt immer vom schlimmsten Fall ausgegangen. Also dass jetzt zum Beispiel ein lesbisches Paar beide davon auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können und daher eine Samenspende und eine Eizelle brauchen und diese ganzen Dinge, das ist recht komplex. Das ist jetzt da in dem Gesetz verarbeitet worden. Wenn jetzt hier ein Kind entsteht und aufwächst, in einer lesbischen Umgebung zum Beispiel, wie ist das aus der Sicht des Kindes? Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Eine der beiden Frauen muss fruchtbar sein, weil sonst kann, es gibt noch keine Leihmutterschaft in Österreich, ist ja nicht erlaubt. Okay, aber es funktioniert dann trotzdem nicht ohne Eizellenspende oder wie? Richtig, genau. Wenn sie zum Beispiel da etwas nicht funktioniert. Also austragen muss es eine der beiden Frauen können. Richtig, genau. Aber der Rest kommt von woanders. Der Rest kann von woanders kommen. Okay. Ja. Und damit ist er natürlich problematisch aus der Sicht des Kindes. Wobei ich da ganz vorsichtig sein möchte. Ich möchte nicht zwei Frauen absprechen, dass sie nicht wunderbare Eltern sein können. Dass sie sich liebevoll um Kinder kümmern können. Aber man weiß das aus den Erfahrungen von Kindern, die das schon erlebt haben, die mit zwei Müttern aufgewachsen sind, dass die halt natürlich sehr früh bemerken, Moment mal, meine Freundin hat aber einen Mann und eine Frau als Mama und Papa und ich habe nur Mama und Mama. Und das lässt nicht jedes Kind völlig unbeeindruckt. Ich habe hier einige Berichte von Kindern, die schildern, wie sie das erleben, dass es bei ihren Freunden anders ist als bei ihnen. Ich lese da zum Beispiel einen ganz kurzen Satz vor. meine Erfahrung mit zwei Müttern. Ich liebe meine beiden Mütter sehr, aber es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht einen Vater wünsche. Kinder wie ich, die anders sind, haben es schwer, egal wie zusagend oder tolerant die Gesellschaft ist. Es gibt Männer in meinem Leben, die Freunde meiner Mütter, aber das ist nicht dasselbe. Ich werde das einem Kind niemals antun. Und ein anderes Kind schildert, dass sie sich, wenn sie bei ihrer Freundin sein kann, in einer Vater-Mutter-Kind-Familie, dort irgendwie ganz besonders wohl fühlt, weil sie sich denkt, so soll eigentlich Familie sein. Also es gibt dann schon Rückmeldungen von Kindern, die das so erleben, dass sie sagen, es ist nicht so, wie sie sich das wünschen würden und wie es eigentlich grundsätzlich von der Natur her auch vorgesehen ist. Das wird natürlich diskutiert und in Frage gestellt heute. Ist ganz klar. Was technisch möglich ist, macht man heute. Wir glauben, so wie Paare, die auf keinem Weg ein Kind bekommen können, irgendwann die Grenzen sozusagen des Natürlichen auch akzeptieren und trotzdem ein erfülltes Leben führen können, dass ein Leben mit Verzicht auch ein erfülltes Leben sein kann. Wo man nicht nur, um die eigenen Wünsche durchzusetzen, das Leben von jemand anderem sehr entscheidend prägt, möglicherweise auch belastet. Offensichtlich gibt es also, wenn man den Berichten jetzt da liest und wenn man die verfolgt, auch Kinder, die das erlebt haben, die in ihrer Entwicklung dann doch irgendwo zu einem Punkt kommen und sagen, Moment, bei mir ist etwas anders. Und das eine Kind hat er, glaube ich, erwähnt, Kinder, die anders sind, so wie ich. Also es stellt sich eigentlich aus einem sozialen Umfeld selbst heraus, oder? Kann man das so sehen? Es ist interessant, ich lese vielleicht noch ein paar Sätze aus einem anderen Bericht eines Kindes. Das sagt hier, die meiste Zeit verbrachte ich im Haus meiner besten Freundin. Ich war viel mit ihrem Vater zusammen, weil ich selbst nie einen hatte und es war echt ein toller Typ. Bei ihnen daheim hatte ich meistens das Gefühl, ich selbst sein zu dürfen. Das Kind drückt das jetzt so aus, meiner Erfahrung nach sind homosexuelle Eltern in gewisser Weise egoistisch. Sie denken nicht darüber nach, was es für mich heißt, in einer Welt wie in der Irrigen zu leben. Bin ich die Einzige, die so fühlt? Bin ich eine schlechte Tochter, weil ich meinen Vater wünsche? Ich kenne meinen Vater nicht. Es ist verrückt, aber ich vermisse ihn. Ich vermisse diesen Mann, den ich nie kennen werde. Das ist jetzt aus einem Umfeld geschrieben, wo es sogar eine anonyme Samenspende gibt. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Bei uns hat ein Kind das Recht, die biologischen Eltern kennenzulernen. Wobei, das stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor. Sage ich, bitte gibst mir die Telefonnummer, ich rufe an, sage, hallo Papa, jetzt bin ich 14 Jahre alt, da bin ich, geh mal bitte einen Kaffee trinken. Also, das ist in die Praxis hineingedacht. Wenn man sich da hineinfühlt, merkt man, dass das schon große Herausforderungen sind, vor die so ein Kind gestellt wird. Und hier sagt dieses Mädchen hier weiter, es fühlt sich so toll an, in der Familie meiner Freundin integriert zu sein. Wenn ich bei ihnen bin, dann fühle ich, was eine Familie mit Mutter und Vater ausmacht. Und dann muss ich wieder heimgehen, in meine eigene Welt. Nur passe ich dort irgendwie nicht mehr hinein. Okay, also es hat durchwegs eine doch, kann man sagen, gravierende Auswirkung auf Kinder, die auf diese Art und Weise ins Leben gerufen werden. Also eigentlich müsste man sagen, man muss auch diese Verantwortung übernehmen können, wenn man so einen Weg gehen möchte. Und wir sagen, dass das eine Belastung ist, die man einem Kind nicht unbedingt zumuten muss. Lieber Oliver, du hast uns jetzt schon einiges erzählt, auch über dieses neue Gesetz, das, wie heißt es nochmal? Vorpflanzungsmedizingesetz. Dankeschön. Immer noch sehr langer Name. Aber du hast uns jetzt auch einige Erfahrungsberichte vorgelesen vorher. Kann man die irgendwo nachlesen? Da gibt es eine Homepage, die heißt repmedizin.info. Das ist also eine Abkürzung von Reproduktionsmedizin. Jeden Tag werden da zwei neue Geschichten von Betroffenen der Fortpflanzungsmedizin veröffentlicht. Also Erfahrungsberichte. Erfahrungsberichte, ja. Wobei es dann nicht nur um das Thema geht, bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufzuwachsen, sondern auch die Identitätskrise, in die ein junger Mensch gerät, wenn er merkt, dass die Eltern, mit denen er aufgewachsen ist, nicht wirklich seine Eltern sind. Das heißt? Im Falle einer Eispende und Samenspende, es reicht auch, wenn nur eine Samenspende zum Beispiel ist, die von jemand anderem kommt. Es macht das Ganze immer kompliziert. Es entstehen Dreieck, Viereck. Gäbe es die Leihmutterschaft, noch Fünfeckbeziehungen. Weil dann gäbe es nämlich eine Mutter, die das Ei spendet, dann gäbe es das Kind, Entschuldigung, den Vater, der den Samen spendet, eine dritte Mutter, die das Kind austrägt, und die dann das Kind großzieht. Und dazu noch einen Vater oder eine... Zwei Väter, zwei Mütter oder ein Paar. Ja, okay. Wir merken, nur das zu beschreiben, ist schon sehr komplex. Darum ist nicht nur das Wort schwer auszusprechen, sondern auch das, was es alles impliziert, das Vorpflanzungsmedizingesetz, durchaus eine komplexe Sache. Wobei zum Glück der Bereich Leihmutterschaft in Österreich noch verboten ist, was ja oft auch zu Komplikationen führt. Denn eine Frau, die ein Kind im eigenen Leib austrägt, entwickelt ja auch Empfindungen dazu. Und das hat oft schon zu großen emotionalen Herausforderungen geführt. Ja, nochmal zurück zu repmedizin.info. Was ist das für eine Plattform jetzt? Also außer, dass wir jetzt da jeden Tag zwei Erfahrungsberichte finden. Wo kommt die her? Das sind Berichte von Leuten, die in diese Welt hineingekommen sind, nicht auf natürlichem Weg gezeugt, sondern im Grunde genommen durch die technischen Möglichkeiten der heutigen Medizin erzeugt. und die mit diesem Fakt Probleme haben. Es mag sein, dass es welche gibt, die damit keine Probleme haben. Aber hier kommen die zu Wort, die sagen, was sie stört, womit sie kämpfen und was sie anderen Kindern anders wünschen. Darüber hinaus sind dort auch einige Videos eingebettet, sind alle auf Englisch leider, sind Trailer von größeren Filmen, wo eine Menge von diesen heute teilweise schon in die 60er gehenden Menschen, so lange gibt es das schon in Amerika zum Beispiel, die hier ihre Erfahrung erzählen und ihre Not auch oft eben mit dieser Situation ihrer Eltern schafft. Das ist ein Satz, der sich eingebrannt hat in meinen Kopf. Meine Frau sagt, was soll ich meinen Kindern sagen, wer ihre Großeltern sind? Und in Amerika war das früher sogar so, dass es eine anonyme Samenspende gegeben hat. Das heißt, man konnte gar nicht herausfinden, wer der leibliche Vater ist. Und das hat viele dieser Leute sehr belastet. Das ist auch ein positiver Aspekt in unserem Gesetz, dass das nicht so ist, wobei wir ja schon angesprochen haben, es für einen jungen Menschen im Alter von 14 Jahren, der sich sowieso herumschlagen muss mit, wer bin ich, was wird aus mir, mitten in der Pubertät, womöglich steckt, die Hormone spielen verrückt, dann zu allem Überfluss noch draufkommt, Moment mal, meine Eltern sind gar nicht meine Eltern und ich könnte da Kontakt aufnehmen zu meinen biologischen Eltern, dann muss man erstmal recherchieren. das ist ja auch nicht einfach. Man weiß das eben von Kindern, die adoptiert worden sind und denen das dann gesagt worden ist, das ist eine ähnliche Situation hier, dass sie oft sehr darunter leiden und das nicht unbedingt als sehr hilfreich ansehen. In dem Gesetz steht ja noch mehr. Was gibt es hier noch für Punkte, die vielleicht interessant sind oder die in der Stellungnahme auch vorkommen? Erwähnt haben wir es ja schon, aber noch nicht genauer betrachtet, dass nun auch in Österreich es möglich sein wird, eine sogenannte Eizellspende zu machen. Das war bis jetzt nicht der Fall. Samenspende war möglich, aber keine Eizellspende. Wobei nur die beiden Worte in gleicher Zeit ausgesprochen werden. Für eine Samenspende ist deutlich weniger Aufwand nötig als für eine Eizellspende. Das hängt schon damit zusammen, dass vom natürlichen Vorgang her die Frau die Empfangende ist und das Ei ihren Körper ja nie verlässt. Im Normalfall. Im Normalfall. Der Same wird ja sozusagen vom Mann zugeführt. Nun muss aber irgendwie ein Ei entnommen werden. Das gibt der Körper nicht so einfach her. Das heißt, es ist normalerweise mit einer großen Dosis an Hormonen verbunden, die so eine Frau über einige Zeit nehmen muss, damit möglichst nicht nur ein Ei, sondern mehrere Eizellen heranreifen, die dann auch entnommen werden. Das heißt, das ist eigentlich ein Eingriff ist das. Das ist ein Eingriff und ein durchaus nicht ungefährlicher Eingriff. Da gibt es auch Risiken. Auch die hormonelle Überbelastung in dieser Zeit ist etwas, was nicht jede Frau gut wegstecken kann. Auch da gibt es Berichte von Betroffenen, die das gemacht haben und gedacht haben, ja, ich möchte gerne anderen helfen, auch zu einem Kind zu kommen und dann aber gemerkt haben, dass das ein Vorgang ist, eine Prozedur ist, ein Prozess ist, dem sie sich hier aussetzen, der mit ihrem Körper einiges angerichtet hat. Mit Risiken bis hin zu nachhaltigen, negativen Folgen für zukünftige eigene Schwangerschaften. Sowohl die hormonelle Belastung als auch die der Eingriff sind immens verglichen mit dem, was zu einer Samenspende notwendig ist. Und da ist das Gesetz ein bisschen trickreich in Österreich jetzt. Man muss sich vorstellen, in Österreich ist es nämlich verboten, dass man für eine Eizellspende Geld bekommt. Jetzt ist die Frage, wie soll eine Frau dann je zu so einem Prozess, der ihr selbst Schwierigkeiten macht, Ja sagen? Vielleicht wird man das dann zu umgehen versuchen, indem man entsprechende Aufwandsentschädigungen zahlt. Das war einer der Kreditpunkte, den viele mit eingebracht haben, dass sie gesagt haben, die spendende Mutter wird zu einer Rohstofflieferantin. Und man spricht heute durchaus auch von der Fortpflanzungsindustrie, denn all diese Prozesse, all diese technischen Eingriffe, natürliche Abläufe erfordern einen hohen, auch materiellen, also finanziellen Aufwand. Da braucht es Maschinen, da braucht es Labores, da braucht es hochspezialisierte und qualifizierte Ärzte und Personal, das alles kostet eine Lawine an Geld. Und darum ist es nicht von der Hand zu weisen, dass man hier von einer Fortpflanzungsindustrie spricht, auch wenn sie sicherlich vielen Menschen schon Freude gemacht hat. Also ich glaube, wir sollten immer vorsichtig sein, auch wenn wir uns jetzt kritisch zu manchen Dingen äußern, ist es doch so, dass man nicht nur, weil es auch Extreme gibt, das Kind mit dem Bade ausschüttet und sagt, das darf man überhaupt nicht machen, das soll überhaupt nicht gehen. Aber gerade hier im Bereich eben der Eizellspende ist das schon eine hohe Herausforderung für die Mutter und wir können uns das irgendwie gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, ohne den entsprechenden finanziellen Anreiz und dann ist man genau wieder dort, dass man möglicherweise auch eine wirtschaftliche finanzielle Notsituation einer Frau ausnutzt, weil wer wird es sonst machen, nur aus reiner Nächstenliebe vielleicht. Da ist sogar die Idee jetzt hier, dass man sagt, ja, um eben das zu unterbinden, dass dafür Geld bezahlt wird, damit das eben keine Industrie wird, sollte das vielleicht irgendein naher Verwandter sein. Aber das stelle ich mal wieder konsequent und logisch weitergedacht, auch nicht gerade einfach vor, wenn dann die Schwester meiner Frau zum Beispiel meiner Frau ein Ei spendet, weil sie keine Eier produzieren kann, aber schwanger werden kann sie dann, das funktioniert, dann ist die Schwester die biologische Mama, meine Frau wäre die soziale Mama und ich wäre der Papa. Wenn das Kind dann irgendwann mal mitkriegt, dann sind Konflikte fast programmiert. Mit der sozialen Mama ist sie nicht einverstanden, dann gehe ich halt zu meiner biologischen Mama. vor allem wenn es so eng im Familienverband ist. Wo das dann auch durchwegs vielleicht leichter bekannt wird oder leichter dem Kind, wo das Kind das möglicherweise leichter mitbekommen kann. Zum Beispiel. mir schon vorstellen, ja. Und da merken wir, wie komplex das ganze Thema ist. Wie sehr es dann auch jeden Beteiligten hier tief involviert. Das ist nicht etwas, wo ich was kaufe und dann gebe ich es halt wieder zurück, wenn es mir nicht gefällt oder das ist etwas, wo man oft, wenn man die Entscheidungen in diese Richtung trifft, noch gar nicht abschätzen kann, was auf einen zukommt. Und das sagen viele, die hier zwar vorher beraten worden sind, alles, aber der Wunsch, ein Kind zu bekommen, ist dann oft so groß, dass alles überschattet und der ganze Traum, ich möchte ein Kind haben, erst später sich in Trauma verwandelt. Lieber Oliver, du hast uns jetzt schon einige Inhalte von diesem Gesetz näher gebracht, das scheint recht komplex zu sein, wir haben schon versucht in dem Gespräch auch manche Details zu beleuchten, aber das ist uns glaube ich gar nicht so erfüllend gelungen, da müssten wir wahrscheinlich viel mehr Sendezeit dafür opfern, aber die Zeit haben wir leider nicht, wir haben nur eine Stunde am Sonntag, aber es gibt noch einen weiteren Punkt, das ist genau so schwierig auszusprechen wie das Vorpflanzungsmedizing Gesetz an sich, nämlich die Präimplantations Diagnostik, kurz PID genannt. Gut, PID, das ist leichter, eine Abkürzung. Worum geht es jetzt da in dieser Präimplantations Diagnostik? Da geht es eigentlich um den Vorgang, dass in einer künstlichen Befruchtung eine Eizelle und eine Samenzelle zusammengebracht werden und da werden mehrere befruchtet, weil die Chancen, dass auf diese Art und Weise eine echte Schwangerschaft entsteht, nachdem der Embryo dann wieder eingepflanzt wird in den Mutterleib, sind eher gering, so zwischen 25 und 30 Prozent. Und dann ist noch nicht gesagt, dass die Schwangerschaft zu Ende ausgetragen werden kann, dass Kind dann tatsächlich ausgetragen wird. Also das ist ein sehr schwieriger Vorgang und man möchte hier mit dieser Präimplantationsdiagnostik herausfinden, ob nicht dieser künstlich befruchtete Embryo irgendwelche genetischen Krankheiten bereits hat. Die Argumentation ist die, man will einer Frau eine aufgrund einer Krankheit aus ihrer Sicht notwendige Abtreibung ersparen. Das ist auch ein gewaltiger Eingriff in das Leben einer Frau und darum macht man diese Sortierung, diese Selektion schon vorher und darum wäre auch der Begriff Präimplantationsdiagnostik Selektion eigentlich viel richtiger. Also diese Ausführungen die werfen jetzt einige Fragen auf. Hallo, was passiert da? Wieso werden da mehrere Embryos erzeugt? Und dann sucht man sich einen aus. Was passiert mit den anderen? Der eine wird wieder eingepflanzt und das Risiko für die austragende Frau ist dann auch noch mal da. Und ist es jetzt medizinisch notwendig, dass man diese Selektion, wie du sie durchführt, um ein späteres zusätzliches Risiko in der Schwangerschaft auszuschließen? Oder geht es hier vielleicht um ich designe mir mein Kind? Die Intention des Gesetzgebers ist eine andere. Da geht es darum, dass man der Frau, der Familie auch einem Kind zukünftig leider spart. Und es gibt tatsächlich Krankheiten, die nur eine sehr kurze Lebenszeit nach einer Geburt ermöglichen. Es gibt auch andere, die eine Beeinträchtigung ein ganzes Leben bedeuten würden. Wir wissen von Kindern mit Down-Syndrom, dass sie ein durchaus erfülltes Leben führen können. Und da wird das dann ganz sehr, sehr schwierig. Weil wenn wir anfangen, im Reagenzglas zu entscheiden, welches Leben ist lebenswert und welches Leben ist nicht lebenswert, dann beginnen wir zu selektieren zwischen Werten und unwertem Leben. Und das hatten wir schon einmal. In der Zeit des Argumentationsweise Erwachsene Behinderte hingerichtet. Das bedeutet, dass für uns die Hauptproblematik bei der PIT darin besteht, dass Menschen bestimmen werden, welche Menschen anderen Menschen zumutbar sind. Abgesehen davon haben wir auch die heterosexuellen Paare, die auf natürlichem Weg Kinder bekommen. Manchmal die Herausforderung, dass sie ein Kind dann bekommen, das Krankheiten hat und es gibt trotzdem ein erfülltes Leben, auch wenn man mit Krankheit durchs Leben geht. Sonst müssten wir ja alle aussortieren, sobald es schwierig wird. Das war jetzt eine spannende Stunde, so eine Stellungnahme zu einem Gesetz. Was kann man damit erreichen? Möchte man was erreichen? Wie funktioniert das? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir im Vorfeld, wenn so ein Thema wieder aufpoppt, immer stelle, hat es überhaupt einen Sinn, hier eine Stellungnahme abzugeben? Was verändert es wirklich? Wenn nur ein Mensch eine für sich gute Entscheidung treffen konnte, aufgrund dieser Informationen, dann hat sich der Einsatz schon ausgezahlt. Eine Stellungnahme ist dann ein Erfolg, wenn zum Beispiel das Gesetz durch die Stellungnahmen, die eingelangt sind, in einigen Bereichen korrigiert und verbessert wird. Und das ist der Fall gewesen. Auch beim Islamgesetz, zu dem wir auch eine Stellungnahme abgegeben haben, wie ich eingangs erwähnt habe, hat es dann Veränderungen gegeben, aufgrund der eingelangten Stellungnahme. Das heißt, das ist ein spannender Prozess, an dem jeder Staatsbürger teilnehmen kann. In diesem Fall werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können, dass das Gesetz beschlossen wird. Aber wir haben einen Beitrag geliefert zur Diskussion und auf gewisse Dinge hingewiesen und das sehe ich auch als Teil einer christlichen, aber auch einer staatsbürgerlichen Verantwortung. Lieber Oliver, danke, dass du heute bei uns warst. Das war eine sehr intensive Stunde. Ich hoffe, du wirst uns öfter mal wieder besuchen. Gerne. Da war noch etwas mit Islamgesetz und weitere andere Dinge. Kann man diese Stellungnahmen eigentlich auch irgendwo nachlesen? Am leichtesten ist die Stellungnahme zum Fortpflanzungsmedizingesetz auf unserer Homepage abrufbar www.adventisten.at www.adventisten.at Ja, da möchte ich dir danken. Gerne. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt Toplife, das Magazin zum Leben und wir verabschieden uns auf Wiederhören. Auf unserer Homepage www.awr.at gibt es noch mehr zu entdecken. Es gibt eine Mediathek, wo Sie die Interviews unserer Sendungen nachhören können und es gibt sogar vielleicht eine kleine Überraschung. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich.